Blondes Haar, ein schüchternes Lächeln und niedliche Pausbäckchen, wer hätte gedacht, dass sich dieses niedliche Schulmädchen mal zur schönen Überfliegerin Tyros Swift entwickelt? Das Bild zeigt die Country-Sängerin, 22, im zarten Alter von 14 Jahren. Lange bevor sie zur jüngsten, erfolgreichsten Songwriterin aller Zeiten wurde, sah Tyros aus wie ein ganz normaler Teenager. So lang liegt die Aufnahme noch gar nicht zurück, das Foto stammt aus einem Jahrbuch vor sechs Jahren. Erinnert man sich an ihren Auftritt bei den MTV Red Music Awards in Frankfurt letzten Sonntag, erkennt man dennoch kaum Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bildern. Mittlerweile gehören ein verführerischer Augen, Aufschlag, ein roter Kussmund und weichfallende blonde Locken zu ihrem Markenzeichen. Heute ist halb superdünn, ihrer damals noch rundlichen Züge sind heute eine makellos schlanken Gesicht gewichen. Nur die Stupsnase ist geblieben. Bei den MTV Emas heimste sie drei Preise ein, war der Überflieger des Abends und ließ sogar Weltstarriana Alt aussehen. Aus dem damals süßen Mädchen ist eine junge Powerfrau geworden, die auch noch gute Musik macht. Denn durch ihre Country-Erfolge ist Tyros Swift mittlerweile millionenschwer. Mit gerade einmal 22 Jahren hat Tyros Swift bereits ein Vermögen von weit über 100 Millionen Dollar, rund 78 Millionen Euro, gemacht. Mit Gott!